Und los! Jetzt Papa? Genau, richtig mal über den Namen Mama und dann Papa. Und dann ein bisschen so... Richtig erst mal, Digga, ohne Kopf. Jetzt leer. Okay, da hinter dir liegen noch mehr Flaschen. Das ist das Wichtigste, mit dem Wachsen. Das hier ist auch richtig gemein. Jetzt weg da. Ist doch ganz cool, oder? Hier ist halt der Flavor richtig da. Johanna, was sagst du? Auch so hier mit Licht. Man kann das schon hier auch ein bisschen zu viel machen. Ich finde den mega. Ja. Also das ist ja hier der Eingang, wo wir reinkommen sind. In die Halle. Also eigentlich Richtung Rausgang geschossen. Diesen Durchgang fand Martin ja ganz cool. Ich finde ihn auch schön. Der ist so geil. Der geht dann so weit raus. So. Aber eben war das Bild geil. Gehen wir vielleicht so ein bisschen in die Mitte. Wo man das nicht sieht. Wir machen jetzt nur den aus verschiedenen Perspektiven. So ist schön. Okay. Die Höhe, ja? Die ist schön. Sehr schön, Digga. Okay. Sehr schön. Ist getestet? Ja. Negativ. Er ist nicht geschminkt. Alles andere außer Corona, ne? Ja. Ein bisschen weiter raus. Sie sitzen nur so weit, als ob es das ist. Ah! Oh, fuck! Scheiße! Das habe ich nicht überrechnet. Wie sah das aus? Festgebrannt. Mein Schuh ist durch. Ich lasse die Kippe einfach fallen. macht dann so und geht dann zügig rein. Ich sag nochmal Go gleich. Okay, Waffenhändler, go. Zaki fährt vor mit dem ersten Van. Hinterher kommt Beppo mit dem zweiten Van. Dann kommt das Motorrad. Dann kommt Wizzy. Nur weil Bus kein Führer schon hat, ja? Was ist los, Alter? Hau mir die Kamera weg, Golde! Die POV quasi, du fährst bis zur Schiebetür und hältst sie direkt in die Kamera. Dann machen wir das noch einmal so, dass ich quasi deine Sicht zeige. Entweder sitze ich mit auf dem Motorrad oder wir setzen Madi mit aufs Motorrad und müssen es vorm Motorrad machen. Instabil, ne? Madi macht es vielleicht auch ganz gerne. Ich würde gerne. Okay, Moos, bitte! Oh, come on! Du kannst ja schon mal das Ding anruhen, weißt du, dann kannst du so ein bisschen selber. Du musst ja auch ein gutes Gefühl dabei haben. Ein gutes Gefühl zum Sterben. Ja, genau. Das ist schon wieder fast ein Philosophisches. Ja. Du kannst ja schon mal das Ding anruhen, Vielen Dank.